Die Privatbrennerei Sonnenschein ist ein spirituosen Unternehmen in Wittenheffen und Teil kulturhistorischer Themenrouten. Standort Um 1800 gründete der Brennmeister Wilhelm dem Dülnhoff den ersten Brennereibetrieb in Heffen nahe der Ruhr. Er ließ den heute noch vorhandenen Backsteinbau mit verziertem Torbogen errichten. Im 19. Jahrhundert übernahm August Lohmann die Brennerei und baute sie weiter aus. 1937 übernahm Wittenborg die Firma. Im Zweiten Weltkrieg war die deutsche Wehrmacht der Hauptabnehmer, was die Produktionsmengen steigerte. 1957 wurde die Firma an die B. Schmücken GmbH verkauft. 1978 übernahm schließlich die Privatbrennerei Sonnenschein GmbH den Standort, sie modernisierte den Brennereibetrieb, erweiterte die Produktpalette und errichtete den modernen Neubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im Jahr 2000 wurde, nach Auflösung des Brandweinmonopols, die eigentliche Brennerei geschlossen. Seit 2007 wird das historische Gebäude zu einer Wohnanlage umgebaut. Familienunternehmen Die Privatbrennerei Sonnenschein stammt ursprünglich aus Wittenherbede. Sie wurde 1876 von Richard Sonnenschein gegründet und wird inzwischen in vierter Familiengeneration vom Urenkel Rainer Mönchs geführt. Die Räumlichkeiten in Häfen hatte die Firma gekauft, weil es an ihrem alteingesessenen Standort keine Erweiterungsmöglichkeiten gab. Nach eigenen Angaben bietet die Firma ca. 1000 Produkte aus den Bereichen Wein, Öle, Getreide und Obstbrände, Likörspezialitäten, Whisky, Wodka und Kognak an. Dazu kommen präsente Wein- und Whisky-Seminare und Proben. Außer der spirituosen Handlung wird ein Weinkontor und seit 2008 eine kleine Brauerei als Fortsetzung der 1920 geschlossenen Ruhrtalbrauerei betrieben.